In einem modernen Gefechtsfeld, welches von Bedrohungen aus der Luft dominiert ist, ist eine präzise Luftaufklärung unabdingbar. Thales zeigte nun an der AirPower ihr leistungsfähiges Groundmaster 200 MMA Radar mit beeindruckenden Funktionen. Kein Kampfpanzer fährt mehr ohne erkannte und bereinigte Luftlage. Denn Kampfflugzeuge, Kampfhelikopter und vor allem Leutringmunischen und Drohnen dominieren das Gefechtsfeld und machen es zum eigentlichen Gefechtsraum in allen Dimensionen. Nur wer die Luftlage kennt, kann sich vor diesen Bedrohungen schützen und kluge taktische Entscheidefällen. An der AirPower 24 im österreichischen Zeltweg haben nicht nur die Luftwaffen gezeigt, was sie mit ihren Hightech-Kampfjets können, sondern auch die Hersteller bodenbasierter Flugabwehrsysteme. Darunter Thales mit ihrem modernen Groundmaster 200 MMA Radar der neuesten Generation. Das französische Groundmaster 200 MMA Radar kann in weniger als 15 Minuten einem neuen Standort in Betrieb genommen werden, verknüpft sich mit bestehenden Luftlagesystemen und Effektoren und liefert mit seinem 4D-AEASA-Radar ein allumfassendes Luftlagebild. Nicht nur kann der Groundmaster jegliche Bedrohung aus der Luft erkennen, sondern ist durch seine Softwarearchitektur auch in der Lage, Verhaltensmuster zu analysieren. So können z.B. Kampfhelikopter, die sich der Sichtung durch Konturenflug entziehen versuchen oder Drohnenschwärme zuverlässig verfolgt und ihre Absicht erkannt werden. Einmal kategorisierte Daten lassen sich auf andere Groundmasse aufspielen und damit die Bedrohungserkennungsrate laufend verbessern. Das S-Bahn-Radar kann Ziele in bis zu 350 km Entfernung in einer Höhe bis zu 100.000 Fuss, sprich 30 km, erfassen und ist mit einer Aktualisierungsrate von 3 bzw. 1,5 Sekunden äusserst schnell. Dank des volldigitalisierten Radars können Ziele analysiert und kategorisiert werden. Zudem ist das Radarsystem jederzeit per Software gegen neue Bedrohungen aktualisierbar. Das Thales Groundmaster 200 MMA Radar ist bereits mit über 140 verkauften Einheiten in 20 Ländern im Einsatz. ... ... ...